Wir haben heute den ganzen Baumaßnahmen, der ist im Plan Kurs, das ist unser Architekt, der den ganzen Innenausbau sozusagen, die ganzen Baumaßnahmen geklament hat. Das ganze Gebäude ist ja ein historisches Erbe und es war uns sehr wichtig, dass wir versuchen, bei dieser Sanierung jetzt auch möglichst wieder den Originalbetreuungsplan herbeizutreten. Und dazu kann der Hessen sicher im Einzelnen nachher noch mal was sagen, was wir da genau machen. Also zum Teil machen wir auch Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte rückgängig und versuchen, das wieder in den Originalzustand der 70er Jahre zu besetzen. Erhard Zorn ist der Leiter der Bäder-Technik. Wir werden nachher auch noch mal in den Technikkeller gehen. Das sieht man bis zu den Becken von unten. Aus den Baustellen. Aus den Baustellen. Aus wie zu den Schrauben sowas. Anbherrária. Und wieder passen. Vielen Dank.